Herzlich Willkommen zu Pinkelpause mit Schwerdi! Das ist mystisch. Ja, siehst du. Willst du uns jetzt kennen? Willst du meine Frau werden? Ja, ich liebe dich auch. Und ja, ich will! Ja! Also ich hab das Gefühl, ich bin jetzt verheiratet. Verlobt. Filmt das schon? Filmt das schon? Ich bin jetzt verlobt. Ja. Mit mir? Ich glaube, ich werde das bereuen. Nein. Wir können so ganz romantische Dinge tun. Im Park stehen, zum Beispiel. Und Hasen beobachten. Oder Hunde. Ich hab grad mit Hunden an meinem Bein gespürt. Ich auch. Und wir können spazieren gehen. Ja. Und frühstücken. Pärchenkackscheiß. Wir können zusammen frühstücken gehen. Candlelight Döner. Wir fahren nach Berlin. Und gehen in eine Bar. Und reißen uns Nutten auf. So romantische Dinge, die jedes Paar tut. So die Klassiker halt. Alkohol, Drogen, Nutten. Und Blackjack. Wer kennt das nicht? Blackjack. Ja. Pärchenkackscheiß. Ganz, ganz normale Dinge eben. Sich gegenseitig anzünden. Genau. Sich lieben, wo Worte in die Haut schneiden. Vergift, Säure drüber schütten. Halt so die ganz klassischen, romantischen. Genau. Ne, ihr kennt das. Richtig cool. Pollen. Ja, alles. Querbeet. Durch die Mannheit. Ich bin einfach auf Leben allergisch. Und ich kann ja nicht hyposensibilisieren. Filmt das schon? Filmt das schon? Siehst du, sowas machen Pärchen auch. Ich rette dich davon, Kacke zu treten. Das ist hier wie ein Flohmarkt, ne? Egal, wo du hinguckst. Egal, wo du hintrittst. Nur scheiße. Warte. Wie scheiße soll man das eigentlich reden? Jeder hat einen Hund, aber keinen zum Reden. Das meine ich mit Berlin. Der Autofokus ist ja schon nicht gut. Filmt das schon? Filmt das schon?